Peace Freunde, was geht? Ich bin's, eure Sandy und willkommen back auf meinem deutschen YouTube-Kanal. Ja, im heutigen Video zeige ich euch die ganzen Nintendo-Spiele, die ich euch besitze. Ja, einmal von meinem Nintendo 2DS XL, ja, und einmal von meinem Nintendo Switch. Und jetzt sagen wir, wir fangen mit dem 2DS-Spiel an. Ich lasse jetzt die Konsole hier unten liegen und probiere sie euch zu zeigen, so gut wie möglich. Gut, fangen wir mit dem ältesten Spiel an, das ich habe. Und zwar ist es... Ich hatte jetzt eine schöne Reihenfolge, aber nein, es ist zum Plätzchen umgebracht. Das älteste Spiel, was ich habe, ist X-Chant. Ohne Spaß, dieser Fokus ist furchtbar. Ja, um was handelt es? Es ist ein DS-Spiel. Das habe ich jetzt seit vier oder fünf Jahren. Um was handelt es sich in diesem Spiel? Ja, in diesem Spiel bist du eine sozusagen eine Prinzessin. Und deine Aufgabe ist es, dir einen eigenen Prinz zu basteln. Hat sie gesagt, der Mann ist es auch. Du bastelst dir einen eigenen Prinz. Du hast eine Holzsiko dort stehen. Dort hast du zwei Augen als Diamanten. Du musst eine Nase und einen Mund suchen. Und danach, wenn dieser Prinz gebaut ist, ist er auf dem Weg, um dich zu suchen. Und dann wollt ihr heiraten, aber irgendwas passiert und du erwächst wieder in einer anderen Stadt. Sehr seltsam, aber warum nicht? Als nächstes Spiel haben wir Kung Fu Panda. Bitte ignoriert die Dinge im Hintergrund. Kung Fu Panda 2 über Kung Fu Panda 2 gibt es gar nicht so viel zu sagen. Du bist im Prinzip Poe, Tigress oder die anderen Charaktere. Ja, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich habe mir leid, Leute. Auf jeden Fall bist du auf einer Mission. Du bist zwei. Du hast zwei Charakter, was du aussuchen kannst am Anfang. Einmal Poe, Tigress und die anderen. Die, genau, fantastischen Dinge halt. In dem Spiel bist du halt, läufst du durch die ganze Stadt, kannst du Kartenspiele, kannst viele Häuser besuchen und Stuff like this. Und dein Stil ist es, die ganzen Hyänen oder was auch immer das sind, zu besiegen. Du läufst, wenn du in eine reinläufst, hast du in einen Bosskampf. Auch sehr strange, aber naja, wenn man Langeweile hat, ist das gar nicht so schlimm. Wings Rockstar. Um was geht es da? Das erklärt auch schon einiges. Du kannst zwei Lieder aufnehmen. Ich habe zwei Lieder oben. Und dort kannst du halt auswählen, ob du singst, ob du ein Instrument spielst und all diese Dinge. Und dann kannst du halt auf der Bühne rocken. So, und dann haben wir Super Mario Party DS. Für dieses Spiel muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Denn jeder Mensch kennt DS-Spiele. Um was handelt es sich ganz kurz mal. In diesem Spiel spielst du einfach Minigames und Sachen. Minigames oder du machst Party-Modus und sowas. Dann haben wir als vorletztes New Zipan Luigi's Mansion 2. Ähm, ja die Ironie ist, ich habe auch Luigi's Mansion 3 für die Switch. Ja, das ist gleich. Ja, ich habe mir das Spiel erst vor kurzem gekauft, aber ich habe es schon durch. Ja, weil ich einfach dachte, ich brauche dieses Spiel wieder, weil ich liebe diese Spiele. Weil es ist das zweitneueste. Das neueste ist das hier. Was ich auch schon ein komplettes Video auf Deutsch und auf Englisch gemacht habe. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es gerne aus. Es war richtig, richtig nice. Und ja, das ist so, was ich die ganze Nacht immer spiele. Leute, bevor ich jetzt überhaupt erwähne, bevor ich überhaupt weiterrede. Habt ihr mal, soll ich für morgen ein Video aufnehmen, wo ich wieder die ganze Nacht wach bin. und durch immer so ein paar Szenen wieder einfüge sozusagen, wo ihr seht, wie ich zocke, wenn ich was esse, wenn ich was trinke oder sonst irgendwas. Bitte, jetzt hier mal, lass mal ein Like da und ich mach das bis morgen. So, dann kommen wir mal zum ersten Spiel für die Nintendo Switch. Und das ist Just Dance 2019. Ja, das Spiel habe ich, wie gesagt, 2019 bekommen. Genauso fast wie die Nintendo Switch, ja. Leider ist mein Controller gebrochen, aber das kriegen wir noch hin, Leute. Ja, das ist ein ganz cooles Spiel, da musst du mit beiden Controllern halt arbeiten, aber das, Just Dance kennt ihr jeder. Als nächstes habe ich New, habe ich super, was sage ich mit New, habe ich Super Mario Party, auch genauso wie Mario Party DS, mit viel mehr, du kannst viel mehr Dinge probieren, du kannst mit viel mehr Charakteren spielen, also ich würde euch dieses Spiel richtig empfehlen, wenn ihr eine Switch habt. Dann haben wir natürlich Mario Kart 8, ich hasse dieses Spiel. Und das ist nur, weil es mich so gotdem aggressiv macht. Aber ja, es ist auch ein sehr unterhaltendes Spiel. Aber ich würde es schon mal so sagen, wenn du einen 2DS hast oder einen 3DS, und ich meine, es würde sich lohnen, wenn du dir einen Nintendo Switch kaufst, aber es würde sich nicht lohnen, wenn du dir einen Nintendo Switch kaufst und noch mal ein 3DS, das hat sich nicht aus. Und dann haben wir Sing. Ich habe gerade registriert, dass ich noch ein Spiel habe, aber das nicht drin habe, okay, egal. Wir haben Let's Sing, das habe ich auch bekommen, da hat mir einer mal geschrieben, dass ich das aufnehmen soll, wollt ihr das? Aber ich kann halt nicht singen, Leute. Als vorletztes haben wir New Super Mario Bros. U Deluxe, ja. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe Mario, und ich stehe total auf das, hast du gesagt. Und dann habe ich noch Luigi's Mansion 3. Ist das neueste Spiel, was ich habe. Aber mir geht noch ein Spiel ab, und das müsste in der Nintendo Switch sein. Und zwar ist das New Super Mario. Super Mario Maker 2, ich liebe dieses Spiel, das ist das beste Spiel, was es gibt, Leute. Ohne Spaß. Aber, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Ja, was soll ich großartig noch sagen? Auf jeden Fall, wenn ihr mir einen Rat geben könnt, ob ich meinen Nintendo Switch Controller fixen könnte, schreibt in die Kommentare wie, weil ich habe leider keine Ahnung. Plus, was wollt ihr morgen sehen? Soll ich für heute die ganze Nacht wach bleiben und euch das aufnehmen, was ich mache? Wenn ja, lasst ein Like da und schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren und meine Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns bis morgen. Bye, Freunde.